Wir sind jetzt angekommen hier in Rotterdam, liegen bei uns an unserem Liegeplatz hier mit Aida Nova. Hinter uns ist die berühmte Brücke, wie heißt die Brücke? Hinter uns ist hier die Erasmusbrücke, über die wir dann gleich mal rüber schlendern werden und mache einen schönen kurzen, was heißt kurz, vielleicht zweistündigen Spaziergang individueller Natur durch Rotterdam. Klappern dann einige der Sehenswürdigkeiten ab und halten das alles fest für euch. Dann gibt es noch ein paar Infos zu diesen einzelnen Sehenswürdigkeiten und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Musik 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 Musik